Das war ja toll! Hey, du und Naschen? Ist doch Banjo, schmeckt toll leicht. Ach ja, wirklich? Hier, ganz leicht. Du, das sind leichte Knusperstückchen. Frische Haselnüsse auf feinen Knusperwaffeln, leicht umhüllt mit Milchschokolade. Mh, wirklich toll leicht. An mich denkt wohl keiner. Nimm's leicht. Banjo, so wird Naschen leicht gemacht. Canyon. Schokolade. Nüsse. Schokotropfen. Und, oh, eine zarte Müsli-Mischung. Canyon. Das Besondere ist unwiderstehlich. Hey, komm, mach mit und mach mit Schnitt. Reiner! Der Pausensack. Zweimal feiner Knusperkeks. Steht den leichten Appetit, egal wo jemand bist. Reiner! Der Pausensack. Zweimal Schokolade. Spurkaramell. Reiner! Zweimal feiner Knusperkeks. Damit es locker weiter geht. Ich komm auch mit und mach mit Schnitt. Mit Reiner! Mit Reiner! Dem Pausensack. Rauchzarte Milchschokolade. Köstlich cremiges Langnese-Eis. Und im Kern ein Traum aus feiner Luftschokolade. Skye ist der Schokoladen-Erlebnis von Langnese. Der luftige Traum von Skye wird dich verführen. Der Bericht? Fertig. Sehr gut. Und jetzt erst mal Klicker-Zeit. Klicker-Klicker-Trades. Mh, Trades-Schoko-Klicker. Unwiderstehlich. Trades. Leckere Schokolade mit dem knackigen Kern. Mh, unwiderstehlich gut. Trades. Die unwiderstehlichen Schoko-Klicker. Gib mal. Knusper, 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 knusper. Mh, vollkornfeine Schokolade. Kusper. Leichte Knusperkugeln von Brandt. Knusper, knusper. Hey, was gibt's denn hier zu knuspern? Chocolate Chips. Knusperchips mit zarter Milchschokolade. So lecker und leicht, dass jeder drauf liegt. Mh. Chocolate Chips. Zum knuspern leicht. Von Zarotti. Von Zarotti. Original italienische Eiscreme-Kunst. Neu von Igis Telly. Frutti di Bosco. Eiscremesahne und köstliche Waldfrüchte. Igis Telly. Original italienische Eiscreme-Kunst. Der Mann kennt Wind und Wetter. Der hält sich ärgerleicht vom Hals. Paroli. Halsbonbon. Hier, du, was für ein Hals. Paroli Halsbonbon. Randvoll gefüllt mit kräftigem Kräutergeist. Wärmt und wirkt wohlig im Hals. Mann. Die wirken wohlig. Paroli. Der starke Tropfen Kräutergeist. Wärmt und wirkt wohlig im Hals. Milka Lila Stars. Aufmerksamkeit der Schokolade gibt. Ah, ein Stadtmensch. Sie glauben wohl auch, dass wir hier oben etwas altmodisch sind. Aber das stimmt nicht. Wir haben das neue Milka Fresh erfunden. Da ist Minze drin. In einer knackigen Füllung. Und zarter Schokolade von Milka. Aber Vorsicht. Ist cool, Mann. Neu. Milka Fresh. Schokolade, die so frisch schmeckt, ist cool. Die schönsten Pausen sind lila. Lila Pause. Oh, la die. Jetzt gibt's von Milka Lila Pause. Die neuen Riegel, die so crisp und zart sind. Korncrisp, Nougatcrisp, Joghurtcrisp. Milka Lila Pause. Ein Genuss, bei dem man alles vergisst. Die schönsten Pausen sind lila. Lila Pause, all audio. Schularbeiten. Fertig. Und jetzt, wie immer, Klickerzeit. Klicker, Klicker, Tritz. Mh, Tritz-Schoko-Klicker. Unwiderstehlich. Tritz, leckere Schokolade mit dem knackigen Kern. Mh, unwiderstehlich gut. Tritz, die unwiderstehlichen Schoko-Klicker.